moin moin und willkommen der wesert ist hier wieder am start für euch ein neues youtube video und zwar heute geht es um das thema social media wie kann ich mein stream in social media einbinden und das zeige ich euch nach einem kurzen intro früher oder später werdet ihr definitiv mit social media in kontakt kommen ihr seht das wahrscheinlich bei anderen streamern dass die immer schön twittern schön instagram ein bisschen facebook und co das kann ich euch auch definitiv noch ans herz legen macht es bei facebook muss man sich selber im klaren sein ob man das wirklich möchte oder nicht ja instagram gehört auch zu facebook und whatsapp natürlich auch aber instagram ist halt eine wunderbare plattform um zum beispiel noch ein paar neue zuschauer zu gewinnen in dem sinne dass ihr da mal so ein paar events postet ihr müsst darauf achten dass ihr da intelligente hashtags benutzt also nicht einfach ich mache hier knüppel stream und ja hashtag knüppeln hashtag more cry hashtag ich glaube andere kaputt das funktioniert nicht also ihr solltet schon wirklich gucken dass wenn ihr so eine sache macht dass ihr darauf ein bisschen achtet und die tags auch sinnvoll wählt also überlegt euch was könnte gut passen was für streaming text benutzt ihr also hashtags streaming hashtag hashtag twitch ist klar ne also da brauchen wir glaube ich gar nicht großartig drüber sinnieren oder philosophieren überlegt euch was könnte oder womit könnt ihr mit eurem event was jetzt vielleicht auf rocket league ist oder auf ein turnier von player non battlegrounds oder ihr spielt ein fortnite turnier oder ihr wollt tetris spielen geht ja auch überlegt euch im vorfeld was für tags ihr benutzt ihr benutzt auch ruhig mal auf google einfach mal eingeben ein paar schlagwörter vielleicht kriegt ihr dort noch ein paar neue inspirationen verteckt das auf jeden fall ordentlich es gibt also mehrere möglichkeiten ihr könnt einen text schreiben darunter alle hashtags ihr könnt auch die hashtags mit einbinden also ich persönlich bevorzuge die zweite variante das heißt ich bastille mein text zusammen und hashtags in den text rein und natürlich auch so standard text die man dann meist und häufig verwendet die haue ich dann unten ran so zum beispiel bei dem bei den fantastischen streamern die haben natürlich auch ein hashtag und da den haue ich dann immer mit dazu also das kann man definitiv so machen und sollte man auch so machen wenn ihr zusätzlich zu facebook und instagram nach twitter mit bedient bei twitter diese drei plattformen die funktionieren alle ein bisschen anders also was auf twitter funktioniert funktioniert nicht unbedingt auf instagram und was auf instagram nicht so gut klappt klappt vielleicht wunderbar bei facebook da muss man selber schauen ob man einen goldenen mittelweg findet dann ist ideal dann läuft das auch was ihr worauf ihr definitiv achten solltet ihr müsst euch ja auch einen account erstellen bei instagram bei twitter bei facebook nehmt ihr vielleicht auch euer privates profil das muss jeder selber wissen letztendlich ihr könnt dort auch eine seite erstellen eine community seite eine gruppenseite wo ihr euren stream vorstellt ähm solltet ihr auf definitiv schauen dass alles so ein bisschen ähnlich und einheitlich ist also ich werfe da mal so das stichwort corporate design rein es kommt eher so aus dem firmenbereich jeder kennt das ne telekom logo weiß jeder was die telekom ist die goldene möbel kennt auch jeder ähm hashtag ich kriege da kein geld für so ähm das solltet ihr definitiv gucken versucht euren namen mit eurem profilbild zu verbinden benutzt das profilbild von von twitch möglicherweise möglichst natürlich auch bei twitter bei instagram so dass eure zuschauer immer wissen hey das geht jetzt um um visarius es geht um kelkrex es geht um alustream oder um manuelm80 zum beispiel das ganz wichtig also dass wirklich dieses bild dass das so so eine symbolische kraft hat mit der ihr dann sagen könnt hey das ist mein stream das verbindet sich mit meinem stream ja und eure zuschauer die werden das dann auch wissen oh mensch das bild habe ich schon gesehen das ist doch der extreme xy definitiv ähm bei einer homepage sag ich mal muss man selber überlegen ob man wirklich eine homepage haben möchte als kleiner streamer ich würde davon abraten das ist sehr viel aufwand ihr müsst natürlich die rechtlichen sachen alle beachten wenn ihr möchtet mache ich dazu natürlich auch sehr gerne noch mein eigenes video schreibt es einfach unten in die kommentare rein ähm würde ich eher bei fortgeschrittenen streamern sehen dass ihr dort hier eine homepage macht und ja das wäre knorkel wenn ihr denn groß seid schon 200 zuschauer habt dann kann man definitiv schon mal eine kleine homepage machen ähm ihr solltet ihr was ihr auf jeden fall vermeiden sollt bei der kaffee eule hier das ist übrigens die kaffee eule die ist hammer knorkel die hat mir mal ein zuschauer zugeschickt ich freue mich jedes mal darüber wenn ich sie sehe das passt irgendwie perfekt und ihr sollt definitiv um nochmal zum thema zurückzukommen vermeidet sinnloses hashtag spam und hashtag spam das nicht mit dem content zu tun hat den ihr erstellt macht zeigt verbreitet ja wenn ich jetzt ähm hashtag pferde kanal bei meinen gaming videos da hinschreiben würde das wird irgendwie nicht passen aber das leuchtet auch ein definitiv nicht mache und gerade bei diesen sozialen medien geschichten das ist immer sauschwierig ja ihr kennt das habt das bestimmt schon mal gesehen wenn ihr euch mit dem thema intensiver beschäftigt follow für follow follow mir dann follow ich dir lass das das ist der größte müll überhaupt ihr kriegt zwar ein follow aber die follow zahl da gehe ich in einem anderen video drauf ein die ist relativ nichts sagen ja natürlich ist es schön follow zu haben man freut sich da auch drüber und das zeigt auch ein bisschen ist so ein kleiner indikator wie es um den channel steht aber ihr werdet welche verlieren ihr werdet neue kriegen ihr werdet fake follows kriegen ihr werdet tote follows kriegen ihr werdet lebende follows kriegen das definitiv aber geht nicht in so in so support gruppen rein aller ich möchte wenn du mir folgst folge ich dir das funktioniert nicht ihr kriegt keine view time ihr kriegt keinen neuen zuschauer dadurch und das ist machen die leute das ist schnell mal geklickt ja bups plus eins wieder hoch aber es ist ja geht ja darum dass ihr als streamer versucht euren content den leuten zu zeigen und die leute das gerne sich anschauen konsumiert und mit euch halt eine geile zeit haben ja nicht einfach jo klick war plus ein follow ist mir egal wer das ist ich interessiert mich nicht das wollte ja nicht haben also ihr wollt ja richtig richtige dynamische will ich nicht sagen aber lebendige follows wollt ihr haben ihr könnt in support gruppen gehen das gehört auch noch so ein bisschen in die social media geschichte mit rein ja ja lohnt sich auch nicht wirklich weil wenn ihr irgendwo hilfe braucht oder so dann sucht euch wirklich streamer mit denen ihr was zu tun habt oder leute die sich dafür interessieren und vielleicht noch ein bisschen ahnung von technik haben oder schaut euch keine youtube das geht natürlich auch genau regelmäßiges posten und inhalten hat der weser hier auch noch so ein bisschen sich mal überlegt macht das auch also versucht mindestens so einmal am tag alle zwei drei tage einen kleinen post raus zu hauen so nach dem motto hey ich bin ich ich lebe noch wenn es der stream plan ist wenn es ein event ist oder wenn es einfach mal ein bild ist was ihr lustig findet also ihr müsst nicht immer nur gaming kontext bezogene sachen machen ihr könnt auch natürlich sachen posten die euch gefallen ich würde allerdings definitiv darauf achten dass es nicht übertreibt das heißt also wenn wenn ihr quasi immer schön verliebt selfies in die welt raushaut geht das ja wenn das so zu eurem typ passt aber wenn das auf stream ausgeht und ihr euren kanal promoten möchtet also es gibt 300 milliarden essens post und 500 milliarden selfie post und ja muss man dann selber wissen also versucht euch als marke da reinzupacken ein bisschen zu verkaufen versucht ein bisschen zu verstehen wie funktioniert twitter wie instagram wie facebook und co und dann dann läuft das auch für euch das wichtigste hierbei ist aber connected euch mit anderen weil ihr kriegt erst dann neue reichweite wenn ihr euch mit anderen verbindet die so ähnlich ticken wie ihr und ihr dann gemeinsam einfach einen mehrwert habt davon ja also wenn ich jetzt 200 zuschauer habt dann bringt es nichts wenn ihr euch mit jemandem connected der nur drei zuschauer hat ist auch logisch wenn ihr drei zuschauer habt könnt ihr ja mal gucken hey der da drüben hat zehn zuschauer was ist denn das für ein typ schaut auch mal in die streams rein von anderen schreibt da ein bisschen mit die werden euch kennenlernen ihr werdet die kennenlernen vielleicht mögen sie euch und vielleicht geht das alles hand in hand ihr kriegt mal ein host drüber perfekt und das ganze zieht natürlich auch mit in die social media mit rein das heißt ihr re-liked retweetet wenn ihr retweetet nicht einfach stumpf dass das solltet ihr nicht machen das ist nett ja aber wenn ihr die zeit habt hey haut mal drunter hashtag ich finde das knorke das hat mir letzt spaß gemacht das stream oder du kannst mal das und das ausprobieren also wir leben wir streamer leben alle gemeinsam von gemeinsamen impulsen und dafür social media hat auch wirklich geil also ihr könnt auch mal durch spontane sachen kriegt ihr dann richtig coole coole connections zusammen und das kann ich euch definitiv nur ins herz legen wenn ihr das video gefallen hat daumen hoch hammer cool hitten subscribe button wird mich sehr freuen gibt noch weitere videos von mir wenn dir irgendein thema brennt auf der zunge liegt dann schreibt in die kommentare rein dann nehme ich das mit auf wird das wird davon natürlich auch ein video machen und bis dahin vielen dank fürs zuschauen du findest mich wie immer gewohnt dienstag donnerstag samstag auf twitch danke fürs angucken meines videos stay tuned dorm duh 2 gib 2 2 ach ko 4 2 2 2 Vielen Dank.